Ich bin bei Ortschalspermson als Partner tätig und habe vor allem zwei Schwerpunkte. Zum einen leite ich im deutschsprachigen Raum die Board Chair und CEO Practice, die sich mit der Besetzung der obersten Führungsebenen beschäftigt und zwar branchenübergreifend. Und als Branchenschwerpunkt habe ich daneben noch die Industrie, hier insbesondere den Maschinen- und Anlagenbau und die Energiewirtschaft. Es gibt eigentlich nicht ein spezifisches Highlight, was mir hier in den Kopf kommt, sondern es sind eher eigentlich generell Themen, die ganz besondere Herausforderungen inne hatten, die erfolgreich gemeistert wurden. Das können zum Beispiel Mandate sein, die einer extremen Geheimhalteunterlagen. Das können Mandate sein, die eigentlich am Anfang erstmal wie eine Mission impossible aussahen. Oder es sind Mandate, wo eben danach eine besondere auch Außenwirkung erzielt wird, die uns natürlich auch persönlich stolz macht. Die Freizeit, die ich habe, nutze ich vor allen Dingen für zwei Dinge. Zum einen für die Familie und zum anderen, um mich beim Lesen so ein bisschen aus dem Alltag zu entfernen und in andere Welten abzutauchen.